Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge zu Shadow of the Colossus. Seid mir bitte ganz leise. Guck mal, wie süß der schläft. Wie süß der schläft. Und er ist wach. So, hallo. Meine lieben Freunde, in meiner neuen Folge zu Shadow of the Colossus. So, letztes Mal haben wir den coolen Adler getötet. Der Kampf war richtig geil. Ich habe vergessen, wo wir jetzt hin müssen. Also was genau jetzt der nächste ist. Also auf jeden Fall Richtung hier. Okay, ist da irgendwas? Hm, der Weg scheint nicht so weit zu sein. Schau mal. So, komisch, dass die Ausdaueranzeige, die wird so, weißt du. Guck mal, dass der Kreis größer wird. Und da ist halt so ein, so ein Peanutpill. Merkwürdig. Gut. Gucken wir mal. Ich liebe es hier rumzureiten, das macht so Bock. Vor allem, wenn du das Pferd, wenn du hier so ein großes Areal hast. Nicht so kleine Dinge. Wo das Pferd, naja, mal so ein bisschen rumspackt. Okay, da. Ja, ich nehme an, wir müssen hier rein. Und dann. Kommen wir hier links irgendwie hoch oder so? Oh, ich glaube, Agro will nicht weiter. Will Agro nicht weiter oder was? Warte mal. Okay, wir sind auf jeden Fall, äh. Äh. Richtig oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt, kommen wir hier durch, hier so. Okay. Warte mal. Da will er eigentlich nicht, ne? Ich steck mal ab. Ups. Au. Irgendwie ein Schrein, das ist schon mal cool. Da bete ich erstmal eine Runde. Lieber YouTube-Gott, mach, dass ich den Kolossus direkt töte. Äh. Okay. Okay. Da hinten in der Ecke. Okay. Ich glaube, da müssen wir mit Agro weitermachen. Agro. Agro. Ja, geht drauf. Okay. Come on. Das will ich. Ähm. Was ist los, Agro? Guck mal. Ich kann nichts machen. Ich glaube, jetzt geht's. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier mit dem Pferd langsoll. Das ist echt ein bisschen, ähm. Boah, ich gehe gar nicht ohne Pferd, weil das geht gerade gar nicht. Ja. Geht's hier lang? Okay. Sieht geil aus hier im Wald, oder? Auch mit dem Sound. Finde ich sehr gut. Ah, hier haben wir doch eine Öffnung. So, die Frage ist, äh. Das ist Wasser hier, ne? Okay. Da lang. Kommt er hier durch, oder? Nee. Warte mal. Da bin ich hier überhaupt richtig. Wow. War da nicht einer mit einem, mit einem weißen Schwanz? Warte mal, Rad. Die, ähm. Die Eidechs mit weißen Schwänzen, die geben, äh. Die geben einem Stamina. Da, da, da. Oder? Ja. Ja. Guck mal. Hä? Hä? Was? W- Hä? Was ist das denn? Warte mal, wo ist sie jetzt? Tada. Geht's aber? Hä? Was ist denn das hier? Guck mal. Äh, was soll das denn? Guck mal. Guck mal. Ich versteh das nicht. Wie, wie nehm ich das denn auf? Ah. Naja, hat man kaum gemerkt, oder? Also, nur ganz, ganz marginal. Ging mit fünf Fliegen, okay. Äh, gut. Ich weiß grad nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Bin ich hier überhaupt richtig? Guck mal, das sieht so komisch aus, oder? Oder, oder wie ist das? Kann mich hier nicht festhalten. Mh, das ist ja sehr ungünstig. Hier runter, da sch- Ja, wobei, hier ist was, ne? Guck mal da runter, oder nicht? Aber die Frage ist dann, wie komme ich da weiter? Wie käme ich dann da weiter, wenn ich da runter gehen würde? Äh, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh boy. Wo muss ich hin? Da, in die Ecke. Ich muss da hin. Hier lang muss ich. Hier lang. Ich probier's mal kurz aus. Äh. Okay. Okay, und, äh, jetzt... Hier kann man runter, ne? Ich glaube, das ist richtig. Naja, und jetzt, ähm... Ich kann doch da nicht schwimmen. Also, da geht's doch nicht weiter. Was mach ich denn da? Was denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Ah! Manchmal ist er ganz... Ach! So, es ist so ein... So ein schmaler... So ein tiefer See. Okay, jetzt muss ich hier durch. Oder was? Ich habe gerade keine Ahnung, wo es hier lang geht. Vielleicht gehe ich hier auch gerade völlig falsch. Aber ich glaube, hier links jetzt hoch irgendwo, oder? Also, hier müsste es sein. Ähm. Die Ecke da. Okay, ich komme nicht die... Die Klippen hier hoch. Ist Agro hier, oder so? Guck mal, hier geht's auch irgendwie durch. Boah! Wo geht's denn hier lang? Sag mal. Das ist ja krass. Das ist ja krass hier. Kommen wir hier irgendwo hoch? Ne, ne? Kommen wir hier nicht hoch? Vielleicht hier? Es sieht so aus, weil hier so eine... Weißt du? Äh. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Die Kamera, die Kamera. Ah! Also, das größte Manko des Spiels, was leider auch ein großes Manko für mich selber persönlich ist, ist die Kamera. Äh, habe ich jetzt hier... Glitch sehen, oder was? Okay. Man kommt hier irgendwie hoch. Äh. Äh. Okay, alles klar. Ja. Ne, also nicht wirklich. Ich will aber hoch. Man kommt da irgendwie drauf. Guck mal. Ich will mich hier hochbacken. Warte, 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 warte. Und springen, springen. Ja. Der will nicht hochspringen. Boah, kennst du das, wenn du dich an einer Stelle festgebissen hast, dann willst du da hoch. Egal, come on. Geht nicht. Ähm. Ich geh auf mein Pferd. Komm. Alter. Geh doch. Okay. Gehen wir hier durch. Bin hier doch völlig falsch. Warte mal. Ne, hier geht's. Komm. Ja. Gut. Wow, 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 wow. Wow. Auf einmal ist hier Wüste. Krass. Okay. So, hier sind wir richtig. Hm. Da hängen. Ja. Die Landschaft ist natürlich grandios. Keiner. Leichter Sandsturm hier. Man sieht natürlich nicht vier jetzt. Hm. Frage, wo genau ist der? Ja. Rennen erstmal weit. Wow. Oh. So, mal kurz gucken. Äh, wer ist? Hä? Ja. Ja. Jetzt kommen wir hier irgendwie rein. Nicht wirklich, ne? Heißt, ich müsste außen rum. Oh, der Weg ist aber ganz schön verwinkelt hier. Ich weiß gerade ehrlich, ehrlich nicht. Ich muss noch kurz gucken. Wie komme ich denn da hoch? Ja. Ich sehe natürlich auch extrem wenig hier gerade. Könnte ich mich daran hochhangeln oder so? Nee, das geht gar nicht. Boah, wie komme ich denn da hoch? Was ist das denn? Warte mal. Ich muss hier erst mal ein bisschen rumgucken. Ich probiere ein bisschen rum hier. Okay, was habe ich hier? Hier habe ich was. Steck mal kurz ab. Wow. Irgendwie gerade nervt es mich ein bisschen. Ich habe hier keine 60 FPS. Also, ich habe extra den anderen Modus reingemacht. Wow, oh, oh. Shit. Aber keine 60 FPS gerade. Das geht mir ein bisschen auf die Eier. Okay. Geh runter. Wow, wie bin ich denn hier? Okay. Äh, gehst du da bitte da drauf? Alter, geh da drauf. Hä? Geh doch da drauf. Der geht. Boah. Richtiger Krampf hier. Okay. Äh, dodgen. So. Ah. Okay. Wo kämpft man denn hier? Oder wo muss ich hin? Kann ich nicht sehen, weil ich keine Sonne habe gerade, ne? Hm. Jut. Äh. Ich komme bestimmt so runter, ne? Mit, äh, Klettern. Ich check nur mal kurz hier, ob man hier irgendwas machen kann. Da ist nichts da hinten. Ah, die Kamera, die geht mir auf den Nerv. Guck mal. Die geht immer wieder zurück, weißt du? Ich hasse das. Also, das ist ein ganz, ganz großes Manko da ja des Spiels. Wirklich ein ganz großes. Äh. Halt dich fest. Oh Gott. Das mag ich gar nicht. Okay. Und... Jetzt da. Hä? Ja, an die fest. Wow. Ich hoffe, wir kommen hier runter. Ja, ne? Äh. Oh boy. There he comes. Krass, wie so eine Arena hier, ne? Das ist ja das in so einer Arena. Okay. Fell. Hat der an der Hand. Ne. Ist der Bart. Der hat einen Bart. Geil. Der hat einen Bart. Ein Bart, Bruder. Boah, der sieht aber auch geil aus. Oh my God. Ist der groß. Okay, ich musste grad mal einen Skeetop machen. Man sieht hier, der... Der boxt mich gleich richtig kaputt. Guck. Ich bin genau zu seiner Faust, aber... Für die Wissenschaft, für die Wissenschaft. Ich versuche mal, äh, zu dodgen. Sehr geil. Okay. So. Okay, die Hand liegt auf... Boah, ist die geil. Äh... Da, guck dir den an. Und ganz ehrlich, der ist auch ein bisschen agiler hier, als die anderen. Okay, wir müssen mal gucken, was er macht. Der stampft. Seine Hand haut auf den Boden. Können wir da vielleicht irgendwie drauf? Können wir hier irgendwas machen? Guck. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hm, auf dem Boden ist auch nichts zu sehen. Ich nehme mal an. Der muss... Ich probiere es mal aus. Der soll mal mit der Hand wieder boxen. Und dann versuche ich da mal rauszugehen. Okay. Äh... Oh. Oh. Oh mein Gott. Okay. What the fuck? Okay, der ist... Der ist ganz schön schnell. Der ist ganz schön schnell. Shit. Ich glaube, ich habe mich ernsthaft vornehmen mit. Shit. Hier komme ich denn da drauf mit der Hand. Auf der anderen Seite, ne? Ich muss glaube ich... Okay, okay, okay. Ah, die Kamera. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Hä? Ich muss erst ein bisschen Abstand haben. So. Ich glaube, ich muss auf den Hand drücken drauf. Glaube ich. So, komm her. Hol mal aus. Mein lieber. Mein Berticker Freund. Boah, der ist... Der ist, äh... Ganz schön schnell. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Alter, gut... Gut... Gut reden hat der. Der Typ ist schnell. Ohne Ende schnell. Guck dir das mal an. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich muss... Ich muss mal ganz weit weg. Oh, was war das denn? Der Dringos... Ah. Der Dringos ist umgeschmissen. Ich muss hier erstmal ganz weit weg. Der ist richtig schnell. Der ist richtig schnell. Guck dir das mal an, wie schnell er geht. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann die Schwachstellen nicht aussuchen. Geht nicht. Da habe ich keine Zeit für. Oh, shit. Komm her. Was können wir hier machen? Okay, der bricht da durch. Oh, mein Gott. Da oben. Am Kopf natürlich. Klar. Frage, macht der das auch kaputt oder nicht? Ach, hier kann man den so ein bisschen... Oder? Okay, der macht das alles kaputt. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, was der macht hier. Alter, der ist so schnell. Okay, jetzt haben wir ein größeres Ariane bekommen. Hier ist natürlich auch Sonne. Was ist denn, wenn ich mal hier reingehe? Macht er hier irgendwas? Boah, der Hand, der Hand, der Handrücken. Der Handrücken ist auf jeden Fall fällig. Wollen wir mal gucken, was der jetzt macht hier. Wollen wir irgendwas machen. Ach, guck dir das mal an. Oh, guck mal, der guckt hier richtig rein. Was macht der jetzt, wenn der... Okay. Was? Äh, deine Augenwände... Oh, boah! Oh, shit. Das war schnell. Gibt mir so eine richtige Schelle, ey. Der Typ ist richtig gut. Der gefällt mir sehr gut. Okay, okay. Ich muss noch den Handrücken drauf. Äh... War vielleicht ungünstig hier. Pass mal auf. Also, ich muss auf seine Hand. Ich würde dir ganz gerne draufsteigen und auf seine Hand springen. Okay, was auch. Hier, hier bin ich. Hier bin ich. Da ist auch einer. Wahrscheinlich auf dem Rücken. Auf dem Rücken einer und einer auf dem Kopf auch. Okay. Und sonst aber nichts, ne? Auf dem Bauch. Ja, Rücken würde ich sagen. Der soll noch mal, ähm... Verboxen, weißt du? Okay, 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 okay. Come on, Box. Okay, ich bin drauf, ich bin drauf. Jetzt die Frage, wohin? Jesus Christ. Okay. Das ging nicht. Das ging nicht. Warum ging das nicht? So, die Frage, die Frage. Da komm ich... Ah. Da komm ich nicht hoch. Der haut hier... Bin ich irgendwo anders lang? Ich kann... Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ich sehe auch gerade gar nicht, äh... Die Kamera ist halt dämlich. Boah, diese Kamera, die ist da so schrecklich. Fürchte, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung. Ich seh's einfach nicht. Guck mal, die Kamera, die ist konzentriert am Bewegen. Ich muss ständig die Kamera nachlustrieren. Da komm ich nicht lang, da komm ich nicht lang. Das geht nicht. Nee, nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Also, bei dem weiß ich absolut nichts. Okay, ich komm nicht auf die Hand, ne? Geht gar nicht. Was ist... Warte mal. Ich hab eben noch was gesehen hier. Pass mal auf. Der guckt hier so rein, ne? Und dann kommt der Bart so runter. Guck mal. Und der hat so viel Bart. Da kann man doch bestimmt hochgehen. Vielleicht. Nein. Halt fest, halt fest. Am Bart, ey. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, der kann... Äh, ich muss mal kurz hoch, bitte. Da oben ist schon einer. Geil, am Bart. Boah. Das ist ein geiles Feature. Okay. Halt, ich fände fest, halt fest. Ich fände fest. Ich fände mal Ausdauer. Okay. Oh Gott. Ja, leichter gesagt als getan hier. Okay. Ich brauch ein bisschen Ausdauer. Ich muss noch kurz runtergehen. Shit. Ich kann nicht viel regenerieren hier. Warte mal. Halt. Halt dich fest. Halt dich fest. Okay, okay. So, wir sind da. Gut. Ich gebe dem erst noch ein paar Schläge. Mal gucken, wie lange das hält. Okay. Er hat die Flanken. Okay, es ist erloschen, erloschen. So, das andere Ding war doch... Hm, die Frage, wo ist das? Das Problem ist... Das Problem ist folgendermaßen. Du kannst hier nicht wirklich gucken. Ich brauch Zeit. Ich brauch so viel Zeit zum Gucken, das krieg ich nicht hin. Also hier kann ich auf Glück geraten. Das geht ja gar nicht. Okay, ich seh, also am oberen ist nichts mehr hier. Ja, guck. Mach mal auf. Ist es irgendwie an der Schulter oder so? Ah, ich hab gesehen, hab gesehen, hab gesehen. Es ist hinten am Rücken. Moment, 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 Moment. Moment. Der muss erst mal ganz wieder normal werden. Alter, da rastet der aus. Guck dir das mal an. Äh, ähm... Geh bitte runter. Geh bitte runter. Scheiße. Boah, das krieg ich nicht hin, glaub ich. Ich würd ihm ganz gerne einmal einen geben. Und dann höre ich wieder. Okay, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ja, ja. Schaffe ich, glaube ich nicht. Schaffe ich, glaube ich nicht. Das krieg ich nicht hin. Ja, nee. Nehmen wir nicht. Nein. Äh, ich würd sagen... Bis gleich. Okay, du alter Zausebart. Und hoch. Okay, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Okay, ich muss erst mal ganz nach oben. Oh, wir kommen. Jetzt hier hinten hin. Oh, shit. Ich brauche Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Okay. Oh, du... Ah. Shit. Das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Jetzt wieder hoch, jetzt wieder hoch. Ich kann nicht mehr als einen Schlag geben und wieder hoch gehen. Und selbst das ist super schwer. Das ist natürlich doof, dass wenn irgendwer runterfällt oder so, das ist doch scheiße. Komm mal, geh hoch. Ja, das krieg ich nicht hin. Das ist so ähnlich wie bei einem Vogel. Das kriegst du nicht hin, du hast zu wenig Ausdauer. Wie geht er denn hoch, Mann? Oh. Der geht hoch. Ich weiß nicht, wie er hoch geht. Wird der denn gelernt, hochzugehen? Oh, shit. Shit, 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 shit. Nein. Warte, hier noch hoch. Okay, okay, okay. Okay, runter, 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 runter. Boah, der zottelt sich hier ein, ey. Kommt. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Ja, wartet, wartet, wartet. Oh, guck mal. Okay. Jo, geil. Also das war der geilste Fight bisher, den ich gehabt habe. Das war der geilste Fight, den ich bisher gehabt habe, muss ich sagen. Hat mir am besten gefallen. Der war auch, der war auch richtig schnell. Weißt du, die anderen, die waren immer so langsam, da konntest du, die konntest du locker umrunden und so. Aber der war super schnell. Krass, ey. Fand ich aber geil mit der, mit der Idee, mit dem Bart. Ja, der ist die Hand, weißt du. Aber da kam ich ja nicht hoch. Auch geil, der Tipp von Dormin, weißt du ja. Mach mit dem Schwert und guck die Schwachstelle aus. Ich mein, hä? Was für ein Tipp, weißt du? Gar nichts. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, das ist doch eine Schlange, oder? Unter Wasser? Ich kann doch gar nicht tauchen. Okay, also der nächste Boss ist, glaube ich, eine Schlange unter Wasser. Eine Wasserschlange. Okay, das verspricht auch ganz cool zu werden. Ja, also der Bossfight eben war, fand ich, der beste bisher. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, kann natürlich sein, dass die Bosse jetzt so an Schwierigkeiten zunehmen, beziehungsweise, dass die halt einfach so wendiger sind, weißt du? Ich glaube, die Schlange, die ist bestimmt auch sehr wendig. So, an für sich war der Boss ja eben auch nicht schwer. Man musste erstmal wieder rausfinden, wo man drauf geht. Äh, und so. Aber das war schon ganz cool. Ja, ich bin gespannt auf den, auf den, äh, auf den nächsten Bossfight. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei Shadow of the Colossus. Dieure Frauenравs Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Vielen Dank.